So, aber jetzt, zweieinhalb Minuten sind um, solange wird es jetzt mal Zeit, dass ich den hier jetzt mal kralle, was fährt denn der? Ich habe gerade erst gedacht, der fährt die gleiche Karin wie ich, aber das stimmt ja gar nicht. Ach, fährt der in Megane oder ist es dieser Renault Sport-Dingsbums?